Die Rolle vom Supply Chain Management ist stetig im Wandel, in meiner Welt, zum Positiven. Was bedeutet das? Und zwar bedeutet es, dass auch wenn man in der Supply Chain arbeitet, kommt schon fast gar nicht mehr darauf an, wie welche Funktionen, da kommen wir gleich drauf, hat man auch immer mehr Kundenkontakt oder Kontakt zu wichtigen Geschäftspartnern. Und warum dem so ist, das möchte ich mit diesem kurzen Beitrag erläutern. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Und ich möchte in diesem Beitrag, in diesem Podcast auch gerne das Bowtie vs. Diamond Model mit einbringen, um euch auch nochmal die neue Zusammenarbeit von Supply Chain mit Kunden und so weiter zu erklären. Ich finde leider keine Referenzen, von wem dieses Modell denn wirklich ursprünglich mal entwickelt wurde. Mir ist es vor vielen Jahren über den Weg gelaufen, mal bei einem Vortrag in der Firma oder einer meiner Managementkollegen hatte das mal vorgestellt. Und das hat sich total in meinem Kopf eingebrannt, sodass ich das heute noch verwende. Und ich werde euch nachher mal ein, zwei Bilderchen auch dazu einblenden, für die, die zumindest auch Videos schauen, um euch das zu erklären und mit in die Waagschale für diese Überlegungen zu werfen. Wenn wir nochmal ein bisschen ausholen, warum wird meiner Meinung nach die Rolle vom Supply Chain Management immer wichtiger? Oftmals ist es ja so gewesen, gerade wenn man ein herstellendes Unternehmen ist, dann ist die Supply Chain oder klassisch Logistik, Operations, war dafür da, die Produkte herzustellen, zu beschaffen und eben logistisch, sage ich mal, zum Kunden zu bringen. Das ist so das Brot-und-Butter-Geschäft. In der modernen Welt, je nachdem, was für Produkte eure Unternehmen herstellen und in welcher Branche ihr tätig seid, ist es aber so, dass man sich oftmals nur über Produkte selbst, vor allem wenn sie einfach austauschbar sind und es viele Mitbewerber auf dem Markt gibt, dass ihr euch über die Produkte selbst ja gar nicht mehr als Unternehmen unterscheiden könnt und hervorstechen könnt. Das heißt, ihr seid im dümmsten Fall Ausschreibung für Ausschreibung, Kundenauftrag für Kundenauftrag, also Bestellung für Bestellung, seid ihr einem harten Wettbewerb ausgesetzt und ihr habt gar keine Planungssicherheit, weil die Kunden euch einfach, die Einkäufer auf Kundenseite euch permanent austauschen, im Worst Case jetzt sehr, sehr überspitzt vielleicht dargestellt. Und heutzutage gibt es ja auch den Fachkräftemangel, der überall in den Medien, politisch, in den Unternehmen natürlich auch thematisiert wird. Und was bedeutet es auch da wieder? Eure Kunden haben in der Regel, also ihr leider wahrscheinlich auch selbst, aber gehen wir mal jetzt, wir gehen jetzt auf, wir wollen ja Geschäfte mit Kunden machen, also bleiben wir mal bei einem Kundenbeispiel. Eure Kunden haben in der Regel auch einen Fachkräftemangel zu beklagen. Sei es fehlende Bedienungen in Restaurants und Bars, in der Gastronomie verallgemeinert. Wenn wir vielleicht in Richtung Gesundheitsbranche gehen, in den Altenheimen gibt es nicht genügend Pflegekräfte. In den Krankenhäusern gibt es auch nicht genügend Krankenpflegerinnen und Pfleger. Und ihr seht schon, wo das hinausläuft. Das heißt eigentlich, diese ganze Grundstruktur, dieser Grundablauf in einem Unternehmen kann dadurch schon sehr, sehr stark gestört sein. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, auch da wieder abhängig von Unternehmensgröße, Reifegrad etc. und Branche. Was passiert zum Beispiel ist, dass viele, bleiben wir mal bei dem Beispiel von Pflegerinnen und Pflegern, dort kann es ja auch sein, dass dann diese Personen einen Haufen Zusatzarbeiten machen müssen, die eigentlich gar nichts mit den Klientel, also mit den Patienten, Patientinnen zu tun hat. Sie müssen sich um Logistikaufgaben kümmern, sie müssen sich um Bestellwesen kümmern, sie müssen vielleicht auch Reinigungsarbeiten durchführen, Abfallentsorgung, was auch immer. Also ich glaube, ihr seht, worauf oder versteht, worauf ich hinaus möchte. Aber das ist sicherlich auch auf viele andere Branchen und Unternehmen anwendbar. Langer Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt geht es darum, herauszufinden, welche Bedürfnisse eure Kunden haben, wo haben sie Engpässe und wo drückt der Schuh beim Kunden und wie könnt ihr diesen Schmerz lindern? Also wie könnt ihr Lösungen für den Kunden schaffen, sodass der Kunde sich auf sein Kerngeschäft fokussieren kann, sodass der Kunde vielleicht gewisse Engpässe besser überbrücken kann und neben eurem Produkt, was er kauft, einkauft, beschafft, auch noch einen weiteren Mehrwert hat und eine echte Erleichterung. Und so bindet ihr den Kunden auch stärker an euch. Das heißt, da ist eigentlich so der wichtige Punkt, auf den ich mit diesem kurzen Beitrag hinaus möchte. Es geht wirklich darum, und das ist letztendlich eine Supply Chain-Aufgabe, dass neben dem, dass euer Unternehmen das Produkt verkauft, das richtige Produkt natürlich entwickelt hat etc. pp., dass euer Unternehmen dann, und da kommt eben die Supply Chain jetzt ins Spiel, auch Lösungen für den Kunden entwickelt. In der Regel sind das dann halt Logistikdienstleistungen, Mehrwertleistungen, die oftmals auch in einer Supply Chain dann entsprechend abgewickelt werden sollten oder können. Da können dann auch wieder neue Partnerschaften entstehen oder ihr baut diese Kompetenz in-house auf etc. Da gibt es einen sehr breiten Blumenstrauß, einen bunten Blumenstrauß. Darauf möchte ich aber jetzt in diesem Beitrag gar nicht weiter eingehen. Also der Punkt ist, Produkte ist wahrscheinlich nicht mehr nur das Einzige, was ihr verkaufen könnt, außer ihr habt super high-end komplizierte Produkte, seid nicht einfach austauschbar. Wenn ihr aber eher simple Produkte habt, dann müsst ihr über Serviceleistungen zum Beispiel euch differenzieren, die Kunden entsprechend binden und einen Mehrwert schaffen. Und jetzt möchte ich euch dieses Bowtie und Diamond-Modell vorstellen. Fangen wir mit der klassischen Flieger an, der Bowtie, die ihr zum Anzug tragt. Und in der Regel hat die Fliege in der Mitte einen Punkt. Also es gibt eine Punkt-zu-Punkt-Beziehung zwischen der linken und der rechten Seite und nach außen wird sie breiter. Und ihr seht jetzt hier schon auch auf dem Bild, was ich euch einblenden werde, zumindest wenn ihr das auf YouTube schaut. Ich verlinke euch das gerne auch mal unter der Podcast-Folge. Dann seht ihr mehr oder weniger, ich nehme das einfachste Beispiel, ja, es gibt auf der, auf eurer Unternehmensseite den Vertrieb oder Verkauf, Sales Manager, wie auch immer als Funktion, Key Account Manager und auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Kundenseite ist oftmals der Einkauf der Einkäufer, die Einkäuferin. Und das sind dann diese Eins-zu-eins-Beziehungen. Das ist eben sehr klassisch. Der Vertrieb tauscht mit dem Einkauf alle möglichen Daten, Informationen aus, Produkte, kommerzielle Themen, aber oftmals auch eben Supply-Chain-Themen. Und das ist natürlich auch immer ein gefährliches Halbwissen und man kann vielleicht auch nicht immer alle Punkte entsprechend pitchen und versteht sich auch nicht richtig. Man macht auch falsche Versprechungen vielleicht gegenüber dem Kunden, die man gar nicht mit der heutigen Kostenbasis etc. aufrechterhalten kann oder müsste sogar auch einen anderen Preis für gewisse Dienstleistungen oder ein Mehrangebot über das Produkt hinaus verrechnen. Also es hat auch was Gefährliches. Auf der anderen Seite macht so ein Modell sicherlich auch noch Sinn, gerade dann, wenn es sehr simple Geschäftsbeziehungen sind. Wenn ihr aber Richtung strategische Beziehungen geht, strategische, wichtige Kundenbeziehungen oder sogar dann Partnerschaften, dann macht das sicherlich Sinn, über andere Modelle nachzudenken. Und was ihr jetzt auch seht, ist, dass ihr links und rechts außen habt ihr dann alle, ich nenne es mal Experten. Das Expertenwissen sind die Fachfunktionen. Also in dem Beispiel, was ihr jetzt hier seht, habt ihr zum Beispiel Marketing, Administration. Administration kann dann zum Beispiel aus Supply-Chain-Sicht alles sein, was mit dem Auftragsmanagement, Bestellwesen zu tun hat. Ersatzteile-Management, Reklamationsmanagement, Rhetoren, Operations ist dann mehr oder weniger die Logistik-Operations gemeint damit, dass man sagt, Versandlogistik, Empfangslogistik, also Warenausgang bei eurer Seite, Wareneingang auf der anderen Seite. Was passiert da? Wie kann man sich dort das Leben einfacher machen? Da kann es drum gehen zum Beispiel, das fängt an bei Kleinigkeiten, wie dokumentiere ich die Ware während dem Versand, beim Empfang etc. In welchen Behältern liefere ich die Ware? Habe ich Einweg-Mehrweg-Behälter? Mit welchen Dienstleistern arbeite ich? Mache ich sogar gewisse Verräumdienste beim Kunden im Lager? Ja, da sind den Ideen keine Grenzen gesetzt. Das kommt halt wirklich darauf an, was ihr partnerschaftlich draus machen wollt und auch liefern könnt oder entwickeln wollt in-house an Logistiklösungen zum Beispiel. Und es geht auch so weit, jetzt in dem Bild, was ihr hier seht, dass natürlich dann auch mal die Geschäftsführung bei der Geschäftsführung mehr auf strategischer Ebene redet, um sich da abzugleichen, zu schauen, passen langfristig die Strategien aufeinander? Wie kann man sich dort unterstützen und eine Win-Win-Situation schaffen? Das modernere Bild ist dieser sogenannte Diamond. Und auch da, wie ich mir das immer einfach merke, eine Fliege, so ein Stück Stoff, sage ich mal, ist sehr einfach, ist sehr günstig und der Diamant ist das Wertvolle. Und der Diamant, oder diese Logik vom Diamant, sollte man dann auch verwertvolle Kundenbeziehungen anwenden. Und dort dreht ihr mehr oder weniger die Fliege um. Ihr nehmt diese 1-zu-1-Beziehungen und setzt die beiden Personen, den Einkäufer und Verkäufer, sage ich mal, nach außen. Und sie managen dann so ein bisschen wie so ein, ich sage jetzt mal, wie so der Kutscher, der mehrere Pferde vor sich gespannt hat. Dann steuern diese beiden Parteien, diese verschiedenen Experten, auf ihre Unternehmensseite. Und dann spricht wirklich Logistik mit Logistik, Bild Stellwesen mit Order Management, Qualität mit Qualität, Marketing mit Marketing, Produktentwicklung mit vielleicht den Anwenderinnen und Anwendern der Produkte auf der anderen Seite oder wiederum dem Vertrieb, wenn das ein Zwischenhändler oder so ist. Sodass man halt da einen besseren Austausch hat. Und wie gesagt, das ist, oder wie ihr es sehen könnt, ist es natürlich auch ein sehr zeitintensives Konstrukt, so zu arbeiten. Deshalb macht es halt nicht Sinn, für alle Kundenbeziehungen diese komplexen Modelle anzuwenden. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, wo das sehr gut funktioniert hat. Und zwar haben wir dort als Produzent von Konsumgütern direkt mit der Logistik und der Warenwirtschaft bei einem großen Einzelhändler Kontakt gehabt. Und Einkauf und Vertrieb standen im Hintergrund. Und zum Beispiel meine Abteilung und eben die Warenwirtschaft beim Einzelhändler haben sich direkt ausgetauscht mit Unterstützung zum Teil noch von Logistikkollegen, die vor allem Transportexperten waren. Und dort haben wir Lösungen versucht zu finden, dass wenn wir große Promotionsspitzen hatten, wo dann 50 bis 100 Lkw für ein, zwei Wochen Promotionen von diesem Konsumgut gebraucht wurden, die auch noch aus einem weit entfernten Ausland kamen, dort haben wir dann zum Beispiel Lösungen gefunden, wie können wir unsere Plandaten besser austauschen, sodass wir die Promotionen besser planen können, die Spitzen besser planen können. Weil in der Vergangenheit war das dann so, man hat diese 50, 100 Lkw zum Beispiel nur für einen Artikel, das gehen ja dann noch hunderte weitere Artikel vielleicht, die davon betroffen sind, man hat dann mehr oder weniger im klassischen Modell hatte man die Ware über viele Wochen also vorvereinahmt in unserem eigenen Lager, die Ware gelagert, man hat dann eben alles zu uns geholt und dann wieder peu a peu Bestellung für Bestellung zu dem Kunden geliefert. Und man hat dadurch viel weitere Transportwege gehabt, mehr Handling gehabt, auch intern einiges an Abstimmungsbedarf. Was hat man dann gemacht, über diese, dadurch wir als Fachexperten dann miteinander reden konnten, haben wir wirklich geguckt, dass wir die Anzahl der gefahrenen Kilometer von dem Produkt, von der Herstellung bis ins Regal bei dem Einzelhändler, dass wir die Kilometer reduziert haben, dass wir Lagerorte herausgenommen haben und dass wir direkt aus der Produktion auch mit der Spitze sogar zum Teil liefern konnten und das nicht vorglätten mussten, zwischenlagern mussten, händeln mussten etc. Also das hilft dann auch der Produktqualität und so weiter. Und wenn es Kurzhaltbarkeiten sind, wie bei einem Joghurt oder so, dann ist man da auch viel, viel schneller und hat mehr Restlaufzeit dann für die Kunden oder Konsumenten am Ende vom Tag. Und was dann da auch wichtig ist, zum Teil muss man natürlich auch dann, deshalb ist es wichtig, in partnerschaftlichen Beziehungen auch mal das Buch öffnen. Und was meine ich damit? Man muss auch mal offenlegen, was spart man denn dann überhaupt ein, auch auf Transportkostenseite? Ich bleibe jetzt mal bei dem ganz einfachen Beispiel, aber was ist vielleicht auch der Zusatzaufwand, weil man vielleicht gewisse koordinative andere Aufgaben auf Kunden, wie auch bei uns auf Lieferantenseite hat und wirft es in eine Werkschale und versucht es dann fair zu teilen, sodass jeder einen Benefit hat oder einen Anreiz, besser gesagt auf Deutsch hat, um an diesem neuen Konstrukt teilzunehmen und sich daran ranzutesten. Oftmals ist es auch so, das funktioniert die ersten Male auch nicht reibungslos. Und dann ist auch wichtig, dass man halt eben nicht nur einmalig, sondern dass man permanent miteinander im Austausch ist und dann nicht wieder Vertrieb und Einkauf, sondern direkt, dass der Materialwirtschaftsleiter zum Beispiel bei mir direkt anrufen kann und sagt, hey Martin, das hat nicht so gut geklappt, das war top, das müssen wir ändern und dann schaut man sich das an. Und letztendlich ist es auch so, dass dadurch, wenn man in Supply Chain Funktionen ist und egal jetzt, ob man eben im Order Management, im Transport, im Lager oder in Planungsfunktionen oder Materialwirtschaftsfunktionen, wie ich arbeitet, dass man dadurch auch viel mehr Kundenkontakt haben kann, was dann auch wieder eine tolle Bereicherung sein kann. Und die guten Vertriebsmitarbeiter in eurem Unternehmen, die sollten euch als Supply Chain Profis mitnehmen auf die Reise, auch mal mit den Kunden diskutieren lassen und so kriegt ihr auch vielleicht Ideen, Innovationsideen, auch wie ihr Services über die Produkte hinaus entwickeln könnt und vielleicht auch standardisieren könnt und mehreren Kunden anbieten könnt. Das soll der Beitrag für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das nochmal einen kleinen Impuls gegeben. Zum einen eine Motivation, warum Supply Chain Management immer wichtiger wird und über die klassischen Produktionen, Herstellungen, Logistikthemen hinausgeht. Öffnet euch den Kunden, fordert ein, dass ihr mit gewissen strategisch wichtigen Kunden auch direkt sprechen wollt, müsst sogar. Findet dort Beispiele, wie ihr einen Mehrwert schaffen könnt. Und zu guter Letzt würde ich mich freuen natürlich, wenn ihr wieder ein Like da lasst, ein Abo da lasst, den Kanal weiterempfehlt, Podcast weiterempfehlt an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen und so weiter verteilt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Beitrag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.